Servus Bremen-Fans, hier ist der Basti B, Bremen-Fan aus Bayern und darum zur Begrüßung kein Moin, sondern Servus dennoch. Geht's wie immer um den wunderschönsten Verein auf diesem Planeten, den SV Werder Bremen und wegen dieser blöden Länderspielpause schauen wir uns einfach mal an, gegen wen spielen wir denn eigentlich noch in diesem Jahr 2023, wie viele Punkte holen wir und ein ganz kleiner Ausblick auch noch auf Januar, Februar 2024 und da gibt es eine Crunch-Time, let's go. Kleiner Tipp, wenn ihr auch so Videobumps machen wollt, schaut immer, und das mache ich jetzt gleich, geht euer Mikro, denn ich spreche das Video zum zweiten Mal ein, denn mein Mikro hat nicht funktioniert, ich habe es nicht gemerkt. Weiß nicht, ob das die Qualität des Videos erhöht, aber wir gehen rein, let's go. Wir fangen an bei der Tabelle, denn wir haben ein sehr ähnliches Video vor vier Wochen in der Länderspielpause im Oktober schon gemacht, nur da hat Ole ein bisschen gewackelt, da waren wir sehr unzufrieden und jetzt ist die Situation ein bisschen anders. Daher, Ole, du schaust dir bestimmt zu, du kannst dich zurücklehnen, es wird keine Kritik geben, denn du sitzt aktuell sicher im Sattel, du wirst 2023 auf jeden Fall als Trainer des SV Werder Bremen überstehen. Im Januar, Februar werden wir sehen, da gibt es einen Crunch-Time, aber das erkläre ich später. Daher lehne ich zurück und habe Spaß, hol dir was zum Knappern, let's go. Wir sind Elfter, elf Spiele, elf Punkte, wenn wir das hochskalieren, hätten wir 34 Punkte. Hätte im Übrigen letztes Jahr zum direkten Klassenerhalt gereicht, ganz knapp, zwar nur mit einem Punkt Vorsprung und man hätte wahrscheinlich sehr viel Puls gerade in den letzten Spielen, ob wir das wollen, weiß ich nicht, aber ist doch schon mal gar kein so schlechtes Gefühl, dass wir aktuell on track werden. Zwar ganz knapp, aber direkter Klassenerhalt würden wir wohl alle unterschreiben. Überschreiben wollte ich schon sagen, unterschreiben. Aber jetzt, Basti, wie sieht es jetzt aus? Letzte Spiele 2023, darum geht es. Gegen wen spielen wir? Und da kann ich jetzt schon gleich sagen, puh, das wird nicht einfach. Letzte Spiele 2023. Wir spielen am 12. Spieltag daheim gegen Leverkusen. Viel schwerer wird es nicht mehr. Danach ein ganz, ganz schweres Auswärtsspiel in Stuttgart. Danach ein sehr unbequemes Spiel daheim gegen Augsburg, die eine Formkurve nach oben haben. Gladbach gilt das Gleiche, der ihre Formkurve geht Stand jetzt nach oben. Natürlich weiß ich nicht, was am 15.12. ist. Das gilt auch für Augsburg. Beide haben natürlich noch ein paar Spiele vor sich, um ihre Formkurve nach unten zu bringen. Ballern, aber Stand jetzt muss man beide loben. So ist es leider. Und gegen Leipzig, ja, die standen schon immer oben. Daher ist das ein sehr schweres Spiel. Und dann sind wir in der Winterpause. Was fällt auf? Erstens, der 16. Spieltag ist eine englische Woche. Das ist Dienstag und Mittwoche seit der Bundesligaspieltag. Auch irgendwie ein bisschen kurios. Aber so ist das nun mal. Und der 17. Spieltag fehlt. Ja, der 17. Spieltag ist erst im Januar. Das heißt, wir werden dieses Jahr mal wieder nicht die Hinrunde schließen. Schade, aber so ist das nun mal. Damit wir es besser einordnen können, damit wir diese Dramatik wirklich noch besser sehen. Auf einen Blick habe ich mal beide Grafiken hier nebeneinander gestellt. Das heißt, auf der linken Seite, da ist links für euch. Links ist die Tabelle und rechts sind die Spiele. Und in der Tabelle sind alle Gegner, gegen die wir noch spielen dürfen, schwarz markiert. Und was sofort auffällt, ist A, alle Mannschaften stehen über uns. Und B, drei Mannschaften von den fünf sind unter den ersten vier. Also in der absoluten Spitzegruppe. Ihr habt ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen. Das wird richtig schwer. Natürlich sage ich auch, das Spiel gegen Frankfurt sollte allen von jedem Fan, vom Trainerstaff bis zu jedem Spieler das Gefühl geben, wir können gegen eine sehr gute Mannschaft, die aktuell sehr gut in Form ist, die eigentlich gar kein Spiel mehr verliert, sehr gut punkten. Und da habe ich vielleicht in dem Fazit auch vergessen, diesen Fakt zu sagen, Frankfurt hatte vor dem Spiel neun Gegentore in zehn Spielen. Also pro Spiel 0,9 Tore und gegen uns haben sie 2,0 Tore bekommen. Das heißt, wir haben den übers Doppelte als deren Durchschnitt reingehauen. Wir hatten den am Rande in Niederlage, daher war das ein tolles Spiel. Und ich glaube, wir können auch den oberen zumindest Probleme bereiten. Ob wir jetzt gegen Leverkusen gewinnen, das glaube ich jetzt weniger, muss ich zwar ehrlich sagen, aber wir können da was holen. Wir können gegen jeden Gegner was holen und wenn wir da wirklich punkten, dann ist der Ausblick auf das nächste Jahr ein ganz, ganz toller, aber wenn wir hier wirklich unter die Räder kommen, und da muss man sagen, wenn ich mir das hier angucke, da können wir unter die Räder kommen leider, da kann es auch sehr schwer werden. Daher die letzten Spiele, dass es nicht so ausklingt und dann tun wir Weihnachten feiern und alles ist toll. Ne, 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 Ole. Das wird hier richtig, richtig stark, richtig schwer gegen starke Gegner. Und wer jetzt richtig gute Augen hat, wird sich schon die ganze Zeit gedacht haben, warum ist eigentlich Bochum ein bisschen anders markiert. Ich wollte es nur ganz hauchzart, so wie ich halt bin, gefühlvoll, andeuten, weil Bochum eben das Spiel ist, gegen das wir dann noch nicht gespielt haben. Auch wenn es dann der 19.12. ist und wir gegen Leipzig dann 3-0 gewonnen haben, haben wir dann gegen alle 17 Mannschaften gespielt, außer den VfL Bochum. Denn der kommt erst im Januar 2024. Und da sind wir schon in der nächsten Grafik. Noch ein kleiner Ausblick und den mache ich jetzt ein bisschen größer als es ist, weil einerseits so die Schwachsinn, eigentlich jetzt schon über Spiele zu reden, die erst in, keine Ahnung, in 8 oder 10 Wochen sind, bringt gar nichts. Kein Mensch weiß, wie gut wir da sind, wer hat sich verletzt, wer ist wieder fit und so weiter. Oder ist ein Abikater beim Afrika Cup und wenn ja, wie lang und so weiter. Das sind viel zu viele Fragezeichen. Aber dennoch fällt auf, wenn wir es durchgehen. Also wir spielen das erste Spiel, ich weiß gar nicht, wann die Rückrunde beginnt, Anfang Januar irgendwann, da spielen wir gegen Bochum. Und die Nummer, die da steht, ist der aktuelle Platz. Ist genauso Schwachsinn, aber ich will auf eine Sache raus und dafür reicht es, klar. Also wir spielen, Bochum heißt also auswärts. Das ist eine NFL-Schreibweise, könnt ihr euch merken, das ist sehr gut. Und Versus ist natürlich, dass wir daheim spielen. Also die schwarzen Mannschaften sind auswärts, die Heimmannschaften sind daheim. Hätte man leicht auch sagen können, aber ist mir egal. Gefällt mir so. Also wir spielen in Bochum, in München, daheim gegen Freiburg, in Mainz, gegen Heidenheim, in Köln und dann daheim gegen Darmstadt. Und was da auffällt ist, natürlich ist Bochum ein machbarer Gegner. Danach haben wir gegen Bayern, ja in Bayern ist egal das Spiel und dann ein schweres Spiel in Freiburg. Aber dann ist es aktuell Platz 16, 13, 17, 15. Und natürlich wird sich das nur ändern. Und natürlich wird der eine oder andere Mannschaft wahrscheinlich noch die Formkurve kriegen. Köln oder Mainz ist da, nein, wir haben ja noch ein ganz klarer Kandidat. Aber ich sage auch, Darmstadt und Heidenheim können aber auch die Mannschaften sein, die dann nach unten gehen. Das heißt, ich glaube nicht, dass da eine Mannschaft wirklich ganz weit weg bei uns ist. Also nach oben weit weg gesehen. Ich glaube, dass alle Mannschaften in unserer Range sein werden. Und hoffentlich sind alle Mannschaften unter uns oder zumindest drei von vier unter uns. Und dann Ole und Elzat von der ganz lockeren hier auch, was macht er für ein schönes Video, zur Angespanntheit. Crunch Time Baby. Da müssen wir funktionieren, Ole. Das, da müssen wir punkten, punkten, punkten. Gerade wenn das schwere Programm hier Ende 23 nicht funktioniert. Ole, hier müssen wir funktionieren. Darum kommen wir schon zum Ende, zum Fazit. Da haben wir drei Fazite. Ich wollte Erkenntnisse sagen, aber da der erste Punkt schon Erkenntnis heißt, wäre es blöd, wenn ich zweimal Erkenntnis sagen würde. Aber wir haben drei Erkenntnisse und die erste Erkenntnis heißt Erkenntnis irre. Ole sitzt wieder fest im Sattel. So kann man das sagen. Er sitzt fest im Sattel, gerade im Vergleich zur letzten Länderspielpause. Ole, hast du dir verdient. 2023 wird dein Jahr. Wenn du das überlebst und dann in der Crunch Time noch funktionierst, dann kannst du einen Vertrag bis 2027 unterschreiben. Sehr gerne. Ende 23, diese Spiele sind alle schwer. Das haben wir gerade gut durchgekaut. Ihr habt das gesehen. Tabellarisch sind das fast alles richtige Kracher. Drei von fünf sind richtig schwer und die anderen beiden Mannschaften finden gerade ihre Form. Das wird alles nicht einfach. Und da wird es einfach zeigen, wie gut sind wir. Ich hoffe, wir sind besser wie meine Stimme. Daher können wir das hoffentlich wuppen. Ich glaube, dass Frankfurt, wie gesagt, ich wiederhole mich da. In diesem Fall sehr gerne. Das muss uns eine Positivität gebracht haben. Jetzt haben wir auch noch einen Dux zum Nationalspieler gebracht. Auch vollkommen irre. Daher, wir sind nicht so schlecht, wie der ein oder andere das vor der Saison wohl gemacht hat. Und hier können wir zeigen, dass wir richtig gut sind. Und dann machen wir ein bisschen Weihnachtspause. Und danach kommt Anfang 2024 Crunch Time. Ole an die Mannschaften alle. Da zählt es. Da können wir dann zwischen Spieltag 20 und 23. Dort könnten wir theoretisch nicht uns komplett vom Abschiedskampf abschieben. Aber da können wir ganz klar sagen, an die Bundesliga, wenn ihr uns in den Abschiedskampf noch bringen wollt, dann müsst ihr alle ganz, ganz viel tun. Weil wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Let's go. Das war's von meiner Seite aus. Ich glaube, dass das Mikro diesmal auch funktioniert hat richtig gut. Ich bedanke mich bei euch beim Zuschauen, bei meinem Mikro und Ole. Schön, dass du zugeguckt hast. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin der Bassi B. Bremen-Fan aus Bayern. Und darum auch zur Verabschiedung, obwohl es diese blöde Innenspielpause ist. Kein Tschüss, kein Moin, sondern Servus.